Zwölf Jahre ist es her, dass Diana Amph zum letzten Mal als Gerätchenhase über die Bildschirme flimmerte. Die deutsche Schauspielerin spielte von 2008 bis 2011 die Hauptrolle in der mehrfach ausgezeichneten Serie Dr. Styrie. Als junge Ärztin trifft sie dort auf ihre Jugendliebe, den Oberarzt Marc Meyer, gespielt von Florian David Fitz. Noch heute schwärmt Diana von der Zusammenarbeit mit ihrem ehemaligen Schauspielkollegen. Er ist einfach ein ganz wundervoller Kollege. Es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten, erzählt die 47-Jährige im bunte Interview und betont, dass Florian auch privat ein ganz toller Mensch sei. Die Chemie zwischen den beiden haben nicht nur am Set gestimmt, auch nach Feierabend soll das TV-Liebespaar gerne Zeit miteinander verbracht haben. An den Wochenenden in Form von Koch- und Spieleabenden zum Beispiel. Ich würde das schon als Freundschaft bezeichnen, erklärt die Comedy-Preisgewinnerin. Ob sich die Teufelskicker-Darstellerin eine erneute Zusammenarbeit mit dem Münchner vorstellen könnte? Natürlich jederzeit wieder, soll die Kinderbuchautorin darauf wie aus der Pistole geschossen geantwortet haben. Florian sei jemand, mit dem sie immer wieder gerne gemeinsam vor der Kamera stehen wolle. Außerdem, verrät Jana, sei sie auch für eine Fortsetzung von Dr. Styrie zu haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020